Was ziehe ich heute an? Ob das eine schwierige Entscheidung ist, hängt von drei Faktoren ab. Bin ich Mann oder Frau? Und wie viele Möglichkeiten habe ich? Falls jetzt ein paar von euch denken, Moment mal, das ist doch das Gleiche. Also ich habe mir mal die Mühe gemacht und die T-Shirts von meinem Freund gezählt. Und er hat mir erlaubt, dass ich euch das hier zeige. Es war im August und es waren 247. Nur T-Shirts. Ihr seht schon mal, Klischees sind keine gute Entscheidungsgrundlage. Aber die Anzahl der Möglichkeiten spielt natürlich eine Rolle. Und der andere Faktor ist Relevanz. Das heißt, welche Bedeutung hat diese Entscheidung für meine Zukunft? An den meisten Tagen im Jahr ist es relativ egal, was ich anziehe. Wenn ich vor Hunderten von Menschen auf der Bühne stehe, wird es interessant. Und als ich bei TEDx erfahren habe, dass alle Vorträge auf YouTube gestellt werden, das heißt, dass auch in 50 oder in 100 Jahren noch Millionen von Menschen sehen können, was hier gerade passiert, da wurde mir bei der Frage, was ziehe ich heute an, tatsächlich etwas schwindelig. Eins war klar, auch wenn High Heels schön aussehen, ich nehme definitiv ein paar Schuhe, mit denen ich gegebenenfalls schnell weglaufen kann. Laufen kann ich, ihr habt es bereits gehört, ich bin Ultra-Trail-Läuferin. Ein Ultra-Trail, das ist ein Lauf mit mindestens 100 Kilometern am Stück und der findet auch nicht auf der Straße statt, sondern auf dem Trail, also abseits befestigter Wege. Und damit es dann noch beim Running bleibt, wenn es über Stock und Stein geht, dafür gibt es Zeitlimits, bei den Wettkämpfen zumindest, und zwar nicht nur am Ende, sondern schon zwischendrin sogenannte Cut-Off-Zeiten. Wenn du als Läufer eine Cut-Off verpasst, dann brauchst du nicht mehr viel zu entscheiden. Ansonsten ist Ultra-Trail-Running wirklich ein Sport für Entscheidungsfreudige. Beim Ultra-Trail-Running bekommt die Frage, was ziehe ich heute an, nochmal eine ganz andere Bedeutung. Das Bild hier, das zeigt mich bei einem Wettkampf auf einem Pass. Und man kann es sich nicht vorstellen, aber das Ganze wurde aufgenommen am 15. August in der Schweiz und als ich im Tal losgelaufen bin, hatte es fast 30 Grad und Sonnenschein. In der Wirtschaft, da steigt die Relevanz der Entscheidungen meistens mit der Höhe der Position. Und beim Ultra-Trail-Running ist das auch so. Überhaupt, es gibt unheimlich viel Parallelen vom Laufen zum Leben und das ist der Grund, warum ich heute hier vor euch stehe. Beim Laufen erscheinen mir zumindest die Dinge viel klarer. Aber dieses Bild hier, ich finde, das zeigt so deutlich, wenn du dich hier nicht entscheiden kannst, welchen Weg du nimmst, dann musst du stehen bleiben. Du kannst auch im Kreis laufen, aber du verlierst Zeit. Und Zeit entscheidet im Wettkampf über Sieg oder Niederlage. Beim Wettkampf weiß ich das auch. Nur habe ich mir gedacht, haben wir nicht auch in unserem Leben eine Cut-off-Zeit? Also ich für meinen Teil habe gelernt, wenn ich Ziele und Träume habe, die ich erreichen möchte, dann ist es wichtig, dass ich in der Lage bin, schnell und clever eine sichere Entscheidung zu treffen. Und dafür habe ich heute vier Tipps für euch. Der Erste macht es simpel. Man muss kein Genie sein, um zu erkennen, dass man die Dinge so einfach machen sollte wie möglich. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was ist denn jetzt das richtige Maß für eine wirklich gute Entscheidung? Und auf der Suche nach einer Antwort bin ich auf eine Studie gestoßen. Und dieser Studie nach gibt es zwei Entscheidungstypen. Es gibt den Satisficer und den Maximizer. Der Satisficer versucht, aus einer kleinen begrenzten Anzahl Möglichkeiten die für ihn beste Lösung zu finden. Wenn ich jetzt als Satisficer eine Regenjacke kaufe, das Trailrunning, dann würde ich vielleicht das Trailmagazin aufschlagen und feststellen, die haben zehn Regenjacken getestet, drei sind Kauftipp, zwei haben eine gute Bewertung und von den fünfen suche ich mir die aus, die für mich am besten passt. Der Maximizer, der hat vielleicht auch das Trailmagazin. Der schaut es sich an und sagt, okay, die haben zehn Regenjacken getestet. Moment mal, die haben zehn Jacken getestet, es gibt doch mehr als zehn Regenjacken für das Trailrunning. Und dann fängt er an zu recherchieren. Beziehungsweise früher wäre der Satisficer in einen Laden gegangen und der Maximizer vielleicht in fünf oder sieben. Aber in Zeiten von Internet haben Maximizer ein verdammt schweres Los, kann ich euch sagen. Und abgesehen davon, dass die Studie damals schon ergeben hat, dass die Satisficer, der Name verrät es vielleicht, am Ende zufriedener sind mit ihrer Entscheidung. Und die Maximizer mit ihrer Entscheidung oft hadern und sogar ein größeres Risiko haben, an Depressionen zu erkranken. Die Maximizer haben nämlich ein Problem. Die kennen nachher diese ganzen vielen anderen Möglichkeiten und haben immer das Gefühl, vielleicht wäre doch was anderes besser gewesen. Ob ihr mit der Studie auftrumpft, wenn euer Partner daheim das nächste Mal vor einem vollen Kleiderschrank steht und sagt, oh, Schatz, ich habe nichts anzuziehen. Das ist jetzt eure Entscheidung. Eins sagt die Studie aber klar aus, mehr Möglichkeiten machen eine Entscheidung nicht besser. Im Gegenteil. Und natürlich kostet es auch Zeit, überhaupt so viele Möglichkeiten rauszufinden. Das Video hier, das zeigt mich bei einem Downhill-Laufen, so wie das im Ultratrail in dem Tempo ungefähr üblich ist. Ich lasse das gleich nochmal in Zeitlupe durchlaufen. Was denkt ihr, wie viel Zeit ich hier habe, um zu entscheiden, wo ich hintrete? Es gibt vielleicht manche, die sagen, ja, ist das eine Entscheidung? Ist das relevant? Ja, ist es. Weil jeder Schritt entscheidet letztendlich darüber, ob du dieses Rennen weiterführen und vor allem beenden und vielleicht erfolgreich beenden kannst oder nicht. Und es gibt bei den Ultratrails an manchen Stellen auch tatsächlich die Situation, dass es rechts oder links mal 40, 50, 60 Meter runter geht. Was denkt ihr, hilft mir hier, so schnell zu entscheiden, dass ich sicher den richtigen Tritt finde? Intuition. Über Intuition gibt es sehr unterschiedliche Meinungen und ich weiß nicht, was ihr denkt. Ist Intuition eine gute Entscheidungshilfe? Kommt darauf an. Und zwar nicht, ob man Mann oder Frau ist, wie viele manche denken. Nein, es kommt darauf an, ob du ein Anfänger oder ein Profi bist in der Sache, um die es geht. Denn, auch wieder eine Studie aus dem Sportbereich, aber ich glaube, man kann sie ins Leben übertragen. Beim Ultratrail kann ich sie hundertprozentig bestätigen. Wenn du als Profi anfängst, darüber nachzudenken, was du machst, werden deine Entscheidungen sogar schlechter. Intuition kann also eine sehr gute Entscheidungshilfe sein. Sie birgt aber auch sehr, sehr große Gefahren. Und ich habe euch ja heute gesagt, ich gebe euch vier Tipps für eine sichere Entscheidung. Und der zweite ist, achtet auf Denkfehler. 2015 bin ich unterwegs und ich bin 201 Kilometer und 11.400 Höhenmeter beim Swiss Island Trail gelaufen. Das ist ungefähr so weit, wie von hier nach München, nur dazwischen noch so fünf, sechs Mal über die Zugspitze. Und etwa auf der Hälfte, also nach einem Tag und der Nacht, die ich schon unterwegs war, geht es über einen Pass, den Lugin-Pass. 2.645 Meter. Für einen Ultratrail jetzt nichts Besonderes. Und es war auch alles gut. Bis ich auf der Mitte dieses Passes sehe, dass von der anderen Seite eine Gewitterwolke hochkommt. Und in dem Moment ging alles tatsächlich sehr schnell. Man zählt dann immer die Abstände zwischen Blitz und Donner, weil sie Auskunft darüber geben, wie weit dieses Gewitter noch weg ist. Und wenn der Abstand zwischen Blitz und Donner unter drei Sekunden fällt, dann besteht akute Lebensgefahr. Hier war es so, dass die Abstände sehr, sehr schnell unter fünf, sechs Sekunden waren. Und ich suchte natürlich nach irgendeiner Möglichkeit, mich zu schützen. Und dann sah ich zwei andere Läufer unter so einem Felsvorsprung stehen. Ich lief zu denen rüber und wir konnten gerade noch unsere Stöcke wegwerfen und da schlug tatsächlich ganz in der Nähe von uns der Blitz ein. Ich muss sagen, wir hatten tierische Angst und keiner von uns hat in dem Moment ein Foto gemacht, deshalb ist das auch nicht echt. So, jetzt habe ich von Denkfehlern gesprochen, richtig? Kennt sich jemand von euch mit Verhalten im Gewitter aus? Dürft auch mal die Hand heben. Ich jetzt schon? Jetzt, ja? Okay. Also, tatsächlich ist es so, dass wir uns alle mit dem, was wir getan haben, um die größte Gefahr begeben haben. Denn das, wo wir uns untergestellt haben, war ein Wasserreservoir. Und Wasser zieht den Blitz bekanntlicherweise an. Und das Reservoir war der höchste Punkt am Gipfel. Zudem habe ich zwar noch gesagt, werfen unsere Stöcke weg, weil das Metall den Blitz anzieht, wusste ich, aber ich habe überhaupt nicht darauf geachtet, dass die Tür hinter uns auch größtenteils aus Metall war. Und ich dachte, dieser kleine Vorsprung würde uns tatsächlich schützen, aber ich habe hinterher erfahren, dass die Elektrizität, also der Strom, wäre direkt über den Boden in uns hineingeleitet worden. Zum Glück ist nichts passiert. Aber ich sprach von Intuitionen, dass sie gefährlich sein kann. Intuition folgt Faustregeln. Und manchmal fasst die Regel eben nicht zur Situation. Dieser Vorsprung, der hat uns geschützt. Vor Wind, vor Regen, vor der Kälte. Und dass wir zusammen waren, gab uns ein Gefühl von Sicherheit. Tatsächlich haben wir uns aber vor der eigentlichen Gefahr, nämlich dem Blitz, in die größtmögliche Gefahrenzone gebracht. Solltet ihr jemals ins Gewitter kommen, übrigens, ich habe das jetzt gelernt, ist es am besten, wenn ihr irgendwo am freien Feld in die Hocke geht, die Füße eng zusammen, Metall und alles, was den Blitz anziehen kann, wegtut und dort so lange bleibt und zwar möglichst im Abstand zueinander, bis der Blitz oder das Gewitter wieder vorüber ist. Denkfehler gibt es eine ganze Menge und das würde in den Rahmen sprengen, heute alle aufzuzählen. Einen möchte ich aber noch verraten, denn er bringt mich zu meinem dritten Punkt. Wenn ihr eine sichere Entscheidung treffen wollt, dann bezieht euch bei eurer Entscheidung immer auf die Zukunft. Der Fehler, der dahinter steckt, nennt sich Fehler der versunkenen Kosten. Wenn man in Stuttgart ein wirtschaftliches Beispiel für den Fehler der versunkenen Kosten nennen möchte, dann verstehen manche immer nur Bahnhof. Und ich möchte mich auch nicht auf politisches Glatteis begeben. Es gibt diesen Fehler ja auch im Privatleben. Ich persönlich habe das schon mal erlebt. Ich habe wie eine Löwin für eine Beziehung gekämpft, weil ich vor allem gesehen habe, was ich da schon reingesteckt habe, wie viel Liebe, Zeit und Gefühle ich da investiert habe, ohne mich überhaupt zu fragen, ob ich mit diesem Partner überhaupt das Leben führen kann, das ich mir wünsche. Tatsächlich ist es aber egal, ob am Ultratrail, in der Wirtschaft oder im Privatleben. für den Erfolg spielt überhaupt keine Rolle, was ihr da schon investiert habt. Für den Erfolg ist nur entscheidend, ob ihr euer Ziel noch erreichen könnt und ob ihr es auf diesem Weg erreichen könnt. Warum fällt uns das so schwer? Also dieser Fehler kommt tatsächlich extrem oft vor. Dafür gibt es zwei Gründe. Der eine ist, wir bewerten Verluste höher als Gewinne. Das heißt, wenn du 100 Euro verlierst, macht dich das im Schnitt unglücklicher, als du glücklich wärest, wenn du 100 Euro finden würdest. Und der andere Faktor ist Zukunft. Wie geht es euch mit dem Begriff Zukunft? Bei mir löst Zukunft immer so ein bisschen gemischte Gefühle aus. Selbst wenn alles ganz gut läuft, weil Zukunft einfach ungewiss ist. Wer von euch erinnert sich an den Film ist. Der rote Luftballon als Symbol für Angst und Schrecken. Und tatsächlich, wir alle sammeln tatsächlich, wir sammeln solche Angstluftballons. Seit wir Kinder sind und die tragen unterschiedliche Namen. Wir haben Angst vor Armut, wir haben Angst vor Schmerzen, vor Einsamkeit und letztendlich ist es immer die Angst vor dem Tod. Was hat das jetzt mit Entscheidungen zu tun? Naja, wir hatten vorher gesagt, eine schwerwiegende Entscheidung. Wer von euch hat schon mal so eine Pro- und Kontraliste gemacht, wenn er eine schwierige Entscheidung zu treffen hatte? Habt ihr dann auch mal geschaut, wie viele dieser Kriterien, die ihr da aufgeschrieben habt, auf Ängste zurückzuführen sind? Ich glaube, ich meine, das sind eine ganze Menge. und bei mir würde da zum Beispiel stehen, wenn ich ein Ultratrail laufe, kann ich ins Gewitter geraten, vom Blitz getroffen werden und sterben. Das ist grundsätzlich mal richtig, das habe ich jetzt gelernt und ihr auch inzwischen, nur, wie wahrscheinlich ist das wirklich? Und welche Risiken gehe ich vielleicht in meinem normalen Alltag täglich ein, über die ich mir gar nicht bewusst bin? Ich habe da mal ein paar Zahlen für euch. Das Ganze nennt sich übrigens Risikointelligenz und das ist sehr, sehr spannend, weil ihr werdet da immer überrascht sein. Die Anzahl der Verkehrstoten hat mich persönlich jetzt nicht überrascht, aber tatsächlich war ich erstaunt, dass es dreimal so viele Tote durch Unfälle im Haushalt gibt. Und das Ganze bringt mich zu meinem vierten Punkt. Punkt. Habt Mut beziehungsweise ermutigt euch selbst und auch die Menschen, die ihr liebt, eine Entscheidung zu treffen, die frei von Angst ist. Denn Angst ist keine gute Entscheidungshilfe. Diese roten Angstluftballons, die versperren euch nur den Blick auf euer Ziel und deshalb solltet ihr die einfach zum Zerplatzen bringen. Das ist viel einfacher, als ihr denkt. Die größte Angst, finde ich, wenn es um Entscheidungen geht, ist ja sowieso die, eine falsche Entscheidung zu treffen. Aber jetzt mal vorausgesetzt, ihr überlebt diese Entscheidung. Was denkt ihr? Woher wollt ihr überhaupt wissen, ob eure Entscheidung hinterher nicht ein Glücksfall ist? Was den Swiss Iron Well betrifft, erreiche ich nach 62 Stunden, 13 Minuten und 10 Sekunden das Ziel und für mich hat sich damit ein Traum erfüllt. Mir zu beweisen, dass ich in der Lage bin, so ein Abenteuer zu meistern. Hätte ich das auch geschafft, wenn ich den Fehler im Gewitter nicht gemacht hätte? Vielleicht nicht. Warum? Denn die zweiten 100 Kilometer waren ganz schön hart und es gab ein paar Stellen, wo ich am Einer der Läufer, die ich da oben im Gewitter getroffen habe, der den gleichen Fehler gemacht hat wie ich. Der lief die zweiten 100 Kilometer mit mir zusammen. Jetzt ist beim Ultratrail geteilter Schmerz nicht halber Schmerz, aber wir konnten uns gegenseitig so motivieren in diesen Momenten, dass wir es beide bis ins Ziel geschafft haben. Manchmal kann also eine falsche Entscheidung auch ein großer Glücksfall sein. In diesem Fall vielleicht sogar ein sehr großer, denn er sitzt auch heute hier im Publikum. Wir teilen seit nunmehr drei Jahren nicht nur die Liebe zum Trailrunning, sondern auch unsere T-Shirts. Ihr erinnert, er hat genug. Ganz kurz noch einmal für euch zusammengefasst, die Diritissima für Bergfreaks ist nicht der einfachste Weg, aber der schnellste Weg für eine sichere Entscheidung. Macht es einfach, achtet auf Denkfehler, bezieht euch bei eurer Entscheidung immer auf die Zukunft und habt keine Angst vor Fehlern, denn das Leben macht keine Fehler, solange ihr eine sichere Entscheidung trefft.